ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal under waterfrank ich habe wieder eine kleine ankündigung für heute abend wieder live auf twitch mit outlast 2 ab in die mine und schreien wie ein mädchen wer das schon mal geguckt hat bei mir outlast 2 also ist wirklich sehr spannend und teilweise auch sehr lustig und ja vielleicht schaffen wir es heute sogar das spiel durchzuspielen müssen wir mal schauen wie weit wir da kommen würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr wieder mit einschaltet also heute abend ab 20 uhr bin ich live und ja ich würde mich freuen und danach vielleicht noch ein paar runden player und mit dem vielleicht ist man hoffe auch dabei mal schauen also ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr wieder mit einschaltet bis heute abend tschüss jetzt wird es hier gleich ein bisschen nass mal gucken ob wir jetzt hier auch eine krankheit abbekommen oh hier sind welche oh gott guck mal die kratzen sich da leichter uns jetzt an alter dem geht es nicht mehr so gut oh gott kommt er jetzt der kommt haben wir da noch eine batterie oh gott den geht es wirklich nicht oh gott hier ist ja noch einer oh gott bestimmt noch eine batterie hier ach du scheiße hätten wir lieber nicht die batterie geholt war jetzt sind wir auch krank in und 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 Untertitelung des ZDF, 2020